Ja, moin moin und Metal, meine lieben Freunde. Eigentlich wollte ich diese Tage ja gar keine Videos machen, außer den Klassiker für morgen, den ich schon fertig habe, weil ich im Moment ein bisschen beruflich unterwegs bin und im Moment in einem Hotelzimmer nächtige. Aber ich habe mir jetzt gerade eben gedacht, ich mache nochmal ein Video, weil mir ein Clip zugeschickt wurde aus dem heutigen Stream vom Drachenlord und den müssen wir mal wirklich durchsprechen, den können wir nicht unkommentiert lassen, weil das schon wieder so utopisch ist, dass ich aus dem Lachen gar nicht mehr rausgekommen bin. Ich hoffe, ihr könnt mich einigermaßen gut verstehen mit meinem Headset hier und auch mit dem Laptop hoffe ich, dass das Rendern gleich gut funktioniert, so wie von zu Hause. Aber ansonsten ist jetzt das nur ein einzelnes Video, was halt vielleicht mal nicht so gut ist. Die anderen werden demnächst wieder besser werden, wenn ich wieder zu Hause bin. Also lasst uns mal kurz in diesen Ausschnitt reinschauen vom heutigen Stream, in dem es um deutsche Schäferhunde geht. Ein Schäferhund ist kein Listenhund. Ein deutscher Schäferhund gilt als Kampfhund. So, und mal gleich vorneweg. Mit Hunden kenne ich mich wirklich nicht so gut aus. Aber mein Stand war, dass ein deutscher Schäferhund jetzt kein Listenhund per se ist. Ich kenne nämlich Leute mit deutschen Schäferhunden und von denen weiß ich nichts, von wegen, dass er irgendwie mit dem Maulkorb oder sowas rumlaufen müsste. Aber ich war mir natürlich auch nicht hundertprozentig sicher, weil ich da auch keine große Ahnung von habe. Aber deswegen kann man sich ja mal kurz schlau machen. Und dann googelt man mal kurz und siehe da, in Deutschland ist der deutsche Schäferhund nicht generell ein Listenhund. Es gibt nur die Möglichkeit, wenn er zum Beispiel verhaltensauffällig ist, dass er halt getestet werden muss. Das ist allerdings länderrecht und ich habe jetzt nur was schnell für Bayern nachgeschlagen, wo der Drachenlord ja herkommt. Es geht also darum, dass der Drachenlord meint, ein deutscher Schäferhund ist ein Listenhund, wenn man mit zwei Minuten Google suche, dass er theoretisch widerlegen könnte. Aber wir hören mal weiter, wie er mit seiner Behauptung dann umgeht und wie die Antworten in seinem Chat dann kommen. Ob er gelistet ist, weiß ich nicht. Aber es gilt als Kampfhund, wenn man ihn nicht richtig trainiert. Man muss schauen, wie man einen Hund richtig macht. Wenn ich sowas schon höre. Vor allem sagt das der Typ, der seinen Hund Maxl im Zwinger versauern ließ, bis er von der Pflegerin seiner Oma dann gefüttert wurde und danach das Tierheim angerufen hat, damit er da abgeholt wird und ein besseres Zuhause bekommt, als dass er da irgendwie verhungern müsste, so wie die Hamster vom Drachenlord. Denn du kamst ja nie so richtig mit dem Hund klar, oder lieber Drachenlord? Dann hast du den Hund wohl nicht so richtig gemacht, oder? Nein, das stimmt nicht. Ja, gut, sonst wisst ihr es besser als ich. Ja, ihr wisst es besser. Ist in Ordnung. Ja, und in diesem Moment könnte man ja theoretisch schon sagen, dass er ein bisschen Einsicht im Moment im Spiel ist. Ihr wisst es besser als ich, ist in Ordnung. Das klingt schon fast so wie ein Eingeständnis, dass er ein bisschen falsch lag. Aber wir hören mal weiter, ob er das auch wirklich als Eingeständnis gemeint hat. Okay, jeder, der jetzt reinschreibt, kein Kampfhund, fliegt raus, weil ich keine Lust habe, darüber zu diskutieren. Thema durch. Wenn ihr es besser wisst, wisst ihr es besser. Punkt. Und nun schaut euch mal bitte dieses Gesicht dazu an. Wenn ihr es besser wisst, dann wisst ihr es besser. Punkt. Da wird nicht drüber diskutiert. Wieso eigentlich nicht, lieber Drachenlord? Wieso kannst du nicht über Sachen diskutieren, über die du dann scheinbar nicht so eine gute Ahnung hast und in denen du noch was lernen könntest? Ach ja, genau. Weil dein Ego das nicht zulässt, dass du etwas mal nicht besser weißt und korrigiert wirst. Er hat also dieses, ihr wisst es besser als ich, ist in Ordnung, nicht gesagt, weil er einen Fehler eingesehen hat, sondern weil er das Thema beenden wollte und nicht mehr über diesen Fehler von ihm sprechen wollte. Das alte Spiel, Fehler lieber verstecken, als einfach mal zu sagen, hey, danke für die Info, da war ich wohl falsch informiert. Da wird nicht drüber diskutiert. Ist mir scheißegal. Ich hab einen Kumpel, der hat einen Hund, der hat einen Schäferhund, der hat Lüstungen für einen Kampfhund. Punkt. Aus. Ende. Ich diskutiere darüber nicht. Merkt ihr, wie angefressen er gerade ist? Wir hören hier gerade, die Haut ist kein Organ 2.0. Wenn der Drachenlord sagt, das ist so, dann ist das so. Kein Wenn und Aber und kommt hier nicht mit irgendwelchen Fakten. Der Drachenlord hat mal wieder seinen Schweizer Taschengumpel und bei dem ist das auch so. Das ist wirklich jeder Drachenlord mit einer Aussage, die hätte er auch theoretisch vor zehn Jahren bringen können. In der Zeit hat er nichts gelernt und kann Fehler immer noch nicht einsehen und macht genau das Gleiche, wie er es damals auch gemacht hat. Und jeder, der das Thema Schäferhund jetzt in der nächsten Zeit noch anspricht, wird gebannt. 6,99 im Monat, um mit ihm zu schreiben, aber nur, wenn man natürlich ihm nicht widerspricht. Sonst fliegt er raus. Für mich eines der besten Beispiele des verkommenen Charakters vom Drachenlord, was wir in der letzten Zeit wirklich von ihm gesehen haben. Und jeder, der das macht, fliegt raus. Interessiert mich nicht. Der wird gemutet. Interessiert mich nicht, was jeder sagt. Das interessiert mich in Scheißdreck. Ich diskutiere nicht über etwas, wovon ich weiß, dass es so ist. Diese Überheblichkeit, dieses überhaupt nicht mehr zuhören wollen, weil jemand etwas gegen seine Meinung hat. Erklärt mir mal bitte, wie dieser Mann noch Unterstützer haben kann mit so einer Diskussionskultur und mit so einem Umgang seiner zahlenden Zuschauer. Die, die das da im Chat schreiben, sind vollkommen in Recht, dass der deutsche Schäferhund in Deutschland nicht automatisch als Listenhund geführt wird. Und dafür, dass er die Wahrheit sagt, um ihm etwas beibringen zu wollen, werden sie gebannt, nachdem sie 6,99 dafür gezahlt haben. Liebe Drachis da im Chat, wacht mal bitte auf, wieso gebt ihr diesem Typen noch Geld dafür, euch beleidigen zu lassen? So, Thema aus. Jeder, der das noch reinschreibt, keiner, ist nicht so, bla bla bla, wird gestummt, hab ich die Schnauze voll, wird nicht drüber diskutiert, aus, Ende. Man muss nicht immer über jeden Scheiß diskutieren. Wenn ihr es anders wisst, dann wisst ihr es anders, ist in Ordnung. Ja, und da erinnert man sich doch immer noch gerne an diese Worte aus den letzten Streams. Ich habe so vieles falsch gemacht und da bin ich auch nicht stolz drauf, aber ich lebe nicht mehr in der Vergangenheit und ich bin nur ein besserer Mensch geworden. Nein, lieber Drachenlord, bist du ganz und gar nicht, sieht man hier wieder ganz genau an deinem ekelhaften Verhalten gegenüber deinen Zuschauern. Wirklich, das ist genau diese identische Situation wie damals mit Die Haut ist kein Organ. Sobald man nicht seiner Meinung ist und ihn verbessern möchte, wird man gebannt oder gemutet. Daher nochmal an alle, er sieht sich als das höchste Wesen an. Er liegt nicht falsch, er macht keine Fehler. Er weiß alles und ist der King schlechthin. Jeder, der das bezweifelt, ist ein Hater und soll da oben den X-Button drücken. Wenn ihr mich fragt, ein Verhalten, mit dem er maximal fünf Zuschauer haben dürfte. So, naja gut, das soll es dann in kurzer auch gewesen sein mit meinem Video aus dem Hotelzimmer hier. Ich wünsche euch allen noch einen schönen Abend und eine angenehme Woche. Morgen kommt, wie gesagt, noch ein Klassiker, den ich jetzt letztes Wochenende aufgenommen habe und entweder am Donnerstagabend oder Freitag bin ich dann auch wieder zu Hause und versorge ich dann natürlich auch wieder mit frischem Bett. Bis dahin sage ich vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video sage ich Meddl auf, meine Freunde. ! Bis zum nächsten Video